Ja. Super. Ein toller. Passiert auch nichts besonderlich. Doch. Hört noch nichts besonderlich, was passiert. Doch, doch, aber jetzt im Auto. Ja, erzähl mal, was passiert? Ne, du. Schau mal, dein Name gehört im Radio. Nur dein. Aber um wen ging's? Mons. Ja. Im Radio. Wir waren im Radio. Bei Sunshine Live. Sunshine Live. Es ging um Zusammenziehen. Genau. Dann ist er gleich zu mir getogen, von heute auf morgen. Er hat mich noch nicht mal gekannt. Naja, gekannt hatte ich ihn schon, aber wir haben uns nicht gesehen. Vorher. Und dann ging's drum, ab wann. Ab wann. wie man zusammenziehen sollte. Oder wie es halt, wie es die anderen Leute haben. Dann hab ich halt geschrieben. Hi. Musikleiser machen wegen Youtube. bei der DEVK. Und, ähm, brauch eine neue Versicherung fürs Auto. Für seinen Kurt, weil der ist noch spanisch versichert. Und, ja, ich muss im Auto sitzen bleiben, weil, ähm, er hat keinen, keine Parkscheibe. Hallo. Und, ähm, da er sich schon mal ein Strafzettel eingehandelt hat. Da war er grad mal drei Tage da. Dann hab ich ihn alleine losziehen lassen. Und, ähm, dann wollte er einkaufen gehen. Oder es zum Media Markt. Und hat dann geparkt. Und hat dann keine Parkscheibe, ähm, benutzt. Und hat dann gleich mal 10 Euro Strafzettel gekriegt. Fand ich dann ganz witzig. Und das ist nicht mehr passiert. Sollte ich jetzt im Auto sitzen bleiben. Und, keine Ahnung. Falls, der vom Ordnungsamt kommt, schöne Augen machen oder so. Kein Plan. Ja, war so weiter. Und dann macht es wieder raus. Guck mal. Hier ist kein Licht im Kaufland. Alles du bist. Muss das? Muss das? Muss das? Muss das? Hammerdorn. Oder M. KJK. Ja. Kann ich hier mal aufräumen? Ja. Ich zieh mal hier auf, weil du dich nicht benehm tust. Hallo, wer steigt hier über das ganze Thema? Was? Das ist da oder was? Nee. Wir fliegen hier echt bei raus. Aber dann ist die auch schuld und nicht ich. Was hat du da? Die passt hier bestimmt. Was? Die passt hier bestimmt. Nee. Nee. Ich bin nicht so der Typ für Leder. Ich will dein Holzvorderhütten. Bin verrückt nach deinen Augen. Bin so spitz wie ihr Pfeil. Und so unwahrscheinlich. Jung. Aber lass dich bloß nicht blicken. Der nicht. Hand weg da. Sag ihm mal. Zieh mal an. Nein. Ich zieh die nicht an. Nur zum Spaß. Nein. Das ist kein Spaß mehr. Das ist Vergewaltigung. An meiner Seele. Ach komm. Gut fällt schon nun doch. Allederhosen. Fällt schon nun doch. Kostens 59,99 Euro. Oh pssch. Ich dachte mir. Da glaub ich eh nicht mehr. Guck mal. Dann tut die passend. Das gefällt mir besser. Das bringt meine feminine Seite raus. Ich hätte sowas gern. Au. Stech mich doch nicht so. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ja. Mach den mal schöner. So. Bist schön Schatz. Du bist schön. Oh. Oh. Warte da. Krieg ich auch was? Ich hab ne Latte. Ah. Warum sind eigentlich jede Videos zweideutig? Weiß ich nicht. Alle Videos von jetzt. Ich hab hier zwei Berliner. Sind auch zwei Berliner. Ich hab auch zwei Berliner. Bäuschen machen. Vom schweren Einkauf. Ja. Oh. Hab ich jetzt. Ja. Vomore mio. Ich hab dir Bescheid weiß nicht, Schatz. Die ist. Menno. Und vorne? Ja. Notausgang. Ja. Aber nur an gewissen Tagen. Das ist echt Ü18 Material, was wir da heute aufnehmen müssen. Nein. Haben nicht. Haben nicht. Das läuft immer hinterher. Ja. Eine anständige Frau, die läuft immer hinterher. Ja. Trägt die alte Tüten. Ja. Was ist dein Kopftuch? Ich habe zu Hause vergessen. Aha. Kuckuckuck. Was machst du denn? Ja, wir schlagen mal nicht im Bauhaus. Da macht man sowas. Jetzt hat mein Mann verloren. Im Möbelladen. Ja. 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 Da ist er. Die hat sich was hatten, ne? Ja, die ist da hingelaufen. Was hast du jetzt? Achtung, hier kommt ein Schrank. Ich hab seinen Schlüssel. Der kann nicht wegfahren. Fällt dir was, Schatz? Fällt dir was? Ja, du hast mein Befehl. Aber der da auch, oder? Nö, ich weiß gar nicht. Stand das überhaupt auf dem Einkaufssättel, im Krautstisch? Wir machen Einkaufszettel, entweder vergessen wir die zuhause, oder wir kaufen sowieso ein... Vorsicht! Das war doch besser geworden. Oder wir kaufen einfach noch Sachen dazu ein, die gar nicht draufstehen. Unser alter Tisch. Tada! Neuer Tisch. Sinnlose, rohe Gewalt. Los! Du, 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 du! Ah, warte, ich hol noch die Wattepäuchchen. Du, du, du! Oh! Ja, jetzt die Tät, die Tät, die Alkohol gemacht. Das brauchen wir aber noch für den Tisch. Ich geh kochen. Ja, ja. Ich hab Hunger. Ein bisschen. Ah! Ich erinnere mich. Genau, ich schuze. Ah! Ich sch ich stehe. Ich sch schuze, ich schuze. Ich schuze dich mit mir.